servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film im heutigen video möchte ich euch vorstellen harry potter und das schwert von gryffindor und gekauft habe ich mir das ganze bei sieben königs lande gibt es selbstverständlich auch beim elbenwald und auf amazon aber dort habe ich für günstige 199 euro gefunden und selbstverständlich kam das mit einem umkarton daher der war aber recht unspektakulär nämlich ganz schlicht weiß gehalten deswegen habe ich das schon ausgepackt habe auch das styropor geöffnet und habe mich auch an das schwert und seine halterung gewagt denn das ganze ist ein bisschen tricky zu zeigen und zu präsentieren wenn man es denn rausholen will und damit das video schneller von statten geht habe ich das einfach schon mal im vorfeld gemacht jetzt legen wir aber direkt los wir öffnen das styropor und sehen dann hier diese eben erwähnte schicke wandhalterung und die sieht richtig klasse aus hat auch ja diesen schönen braunen rahmen den es schon bei diesen ja 3 magischen turnier zauberstäben gab beim display und auch das schloss das unten die schublade hat hat so ähnliche farben also das passt dann richtig gut zusammen in die collection nebeneinander das sieht klasse aus verarbeitet ist es auch richtig sauber an den rändern haben wir hier so kleine verzierungen noch wir sehen hier unten zwei so griffe links und rechts und dann sehen wir natürlich das schwert selbst in so eine halterung eigentlich sind vier hier dieser schrauben angebracht aber ich habe die schon entfernt das ganze kann man nur von hinten machen mit einem schraubenzieher und hier gibt es dann noch eine schöne halterung dass das ganze fixiert vielleicht wäre es cool gewesen hier unten noch eine zu haben dann würde man aber nicht die schöne spitze wahrscheinlich sehen außerdem gehört das ganze senkrecht hier an die wand genagelt dafür gibt es hinten ein paar laschen drauf wo man das ganze so aufhängen kann ich möchte das ganze aber horizontal hier oben auf meine regale anbringen und dazu werde ich mir entweder noch selber ein ständer basteln oder mir einen aus dem internet bestellen dieses display ist aber auf jeden fall sehr cool dass daher kommt denn es hat auch noch einen hübschen schwarzen samtüberzug ist ein bisschen hier staubanfällig und ein paar Puzzle sind auch schon drauf aber okay sieht trotzdem richtig klasse aus bevor wir zum schwert kommen möchte ich euch noch was zeigen was es dazu gibt nämlich hier so eine kette mit dem löwen drauf und ja das ganze gehört dann oben hin und sieht richtig klasse aus wenn es an der wand hängt mit dem löwen drauf und selbstverständlich hinten ist auch noch so ein kleines häkchen dran dass man es auch an die wand anbringen kann jo dann kommen wir zum schwert selbst ich würde sagen das styropor kann jetzt eigentlich hier weg tschüssikowski so sehen wir das ganze besser und jetzt kommen wir zum schwert selbst und ihr seht es ich kriege es jetzt hier raus das ganze wäre aber schier unmöglich gewesen wenn diese anderen schrauben noch mit dran gewesen wären und so sieht das gute stück dann aus ist richtig schön verarbeitet am griff richtig tolle verzierungen und auch ja sachen die hier drauf sind wir sehen so kleine steine sind natürlich keine echten edelsteine soweit ich weiß ist das glas wenn ich falsch liege könnt ihr mich ja korrigieren unten in den kommentaren aber das rubinrot sieht echt mega cool aus wir haben dann natürlich auch den namen drauf gotrick griffindor hier auf dem schwert und auf der rückseite ist es eigentlich identisch es ist nicht scharf gott sei dank sonst hätte ich mich jetzt schon geschnitten ist ja auch nur eine replika also damit sollte man nicht durch die gegend ziehen und versuchen irgendwelche basilisten zu töten wer weiß ob das funktioniert mit der stumpfen klinge aber es ist auch vom gewicht her richtig schön liegt gut in der hand wenn man es nimmt fühlt sich nicht billig an und ja von der länge her hat so ungefähr 86 cm das schwert selbst hier dieses display hat von der länge her während ich das hier schön wieder einführe einen meter ich habe es vorhin abgemessen so circa maße und hier die breite mit inklusive dieser zwei griffe beträgt ungefähr 27 cm falls ihr euch das schon mal ausmessen wollt ob es bei euch an die wand hin passt das war's dann auch schon wieder mit klein meiner kleinen präsentation ich hoffe sie hat euch gefallen ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten mal und servus ja